Wie ist das eigentlich noch, dass dein ganzes Leben an so einem schönen Ort sein könnte? Ja, wenn ich nicht will, will das nicht so tun, weisst du? Und Theresa ist jetzt schuld an diesem schönen Ort. Und der Mann, wie hieß der Mann? Hans-Jürgen. Hans-Jürgen. Ja, das geht jetzt am Ende noch. Sonst würde ich die heute nehmen. Das ist verrückt. Ich habe keinen Krach. Als wir in der Schule waren, wir waren zwölf, also Buben, die Sigriswil, als wir in der Schule waren, das hat nichts anderes gegeben, als der Hosen, Welto, Fredo, Goethe, Liebho, Welto. Etwas anderes hat es nicht gegeben. Aber diese Qualität bringen sie heute nicht mehr her. Sie bringen es gar nicht mehr her, weisst du? Heute, die da nehmen, die Kinder, die müssen sich, wenn sie das erste Mal den Namen schreiben müssen, sie sich ja schämen wie ein Kerb, weisst du? Du kannst ja nicht einmal merken, ob der Kaffee oder wie es der Teufel, wie die alle heisst jetzt da. Und heute ist es so. Die gibt es nicht mehr. Das gibt er. Ich will mit Töch von ihm, Schulausen, Zandra. Das gibt er. Keine Welt mehr. Keine Werner mehr. Keine Hose mehr. Keine Ferritter. Keine Götter. Das gibt es nicht mehr. Gar nichts mehr. Das gibt es nicht mehr. Das gibt es nicht mehr. Das gibt es gar nicht mehr. War früher alles besser? Ja, viel besser. Ja, viel besser. Vielen Dank. ulators &